hallo liebes team horcruxe eine gute nachricht zu beginn und zwar wird der zweite teil dieses kapitels hier schon nächsten montag veröffentlicht es sei denn ihr wart bei der premiere auf twitch dabei da habt ihr schon beide teile hören können twitch da sind wir live jeden montag da könnt ihr gerne mal vorbeischauen da gibt es improvisierte hörspiele von uns da lesen wir horcruxe live vor auch immer wieder schaut gerne da mal vorbei nicht wundern wenn ich am ende dieses teils hier nicht zu euch spreche das werde ich erst am ende vom gesamten kapitel machen und leute wir feiern hiermit auch zwei jahre schatten der horcruxe es ist wirklich unglaublich dass wir das ganze hier schon seit zwei jahren machen hätte mir das jemand vor zwei drei jahren gesagt dass ich zwei jahre lange eine fanfiction schreibe ich hätte diejenigen für verrückt erklärt aber es ist soweit wir haben zwei jahre durchgezogen und ich sage im namen von lena johannes und mir tausend dank es ist kein spaß wenn ich sage ohne euch hätten wir das niemals so lange durchgezogen denn der aufwand der auch hinter dieser geschichte steckt der ist inzwischen weit über dem eines eines hobbys und daher vielen dank an die unter euch die uns auch unterstützen und damit das bestehen dieser fanfiction auch ermöglichen wenn es leute von euch gibt die lust haben sich den supportenden anzuschließen dann schaut gerne mal bei patron vorbei bei patron gibt es so kleine extras für leute die uns unterstützen wie zum beispiel gibt es jetzt gerade spots sausendes spezialblatt leonora spots ist eine reporterin aus der magischen welt die alle zwei monate ein newsblatt aus der magischen welt schreibt und zu euch nach hause in den briefkasten schickt da stehen auch informationen über figuren von schatten der horcruxe drin aber auch informationen über uns mos also wer ein paar galleon übrig hat die sind da willkommen aber klar alle anderen unter euch die keine reichen kobolde sind dass ihr das hier hört freut uns sehr und wenn ihr mögt teilt das projekt an freunde an bekannte ihr könnt auch einfach die werbung die hier läuft durchlaufen lassen das wirft auch ein paar sickle ab ich hoffe ihr habt jetzt lust auf kapitel 9 ich bin sehr aufgeregt mal wieder ob es euch gefallen wird falls ihr euch noch erinnert das letzte kapitel endet im zaubereiministerium harry hat ziemlich einen drauf bekommen liegt am boden und jetzt schauen wir mal was mit ihm passiert viel spaß euch und der schatten der horcruxe eine fanfiction von lena schmidt ge und die leon stiel musik johannes auer das fehlende puzzel teil harry blinzelte in grelles licht vor ihm saß eine hochgewachsene gestalt hinter einem pult und regte sich nicht mr potter begann der mann und beugte sich mit einem mal tief zu harry hinab durch die eckigen brillengläser musterten ihn jetzt die schmalen augen des großmeisters kaito kobayashi entscheidungen mr potter begann dieser horch glied um glied um glied um glied ergeben sie eine kette ihre entscheidung auf die welt zu kommen führt sie letztendlich hier in diese situation ist das korrekt harry versuchte etwas zu sagen doch kobayashi ließ ihn nicht woldemore hat sie auserwählt und damit hatten sie allein die wahl wer außer ihnen selbst konnte ahnen welche entscheidungen sie in ihrem leben treffen würden dass sie durch ihren hochmut menschen dem tode weihen dass sie durch ihren starrsinn der von manch einer seite mit zielstrebigkeit verwechselt wird das leben rechtschaffender menschen gefährden kobayashis ton wurde strenger harry spürte wie schweißperlen seine schläfen hinab rann es war heiß hier drin neben dem großmeister saßen weitere bekannte gesichter alle starrten sie auf harry sie mr potter sind also aufgrund ihrer entscheidung auf die welt zu kommen einzig und allein schuld an dem tod von ramus lupin und nympha doratonx was harry keuchte und diese tatsache führt auch dazu dass es allein ihre schuld ist dass der hier heute anwesende mr edward ramus lupin zu einem weisen geworden ist kobayashi machte eine ausladende geste und deutete auf einen platz in den vorderen rein teddy harry kniff die augen zusammen inmitten großer gestalten in umhängen hockte der kleine teddy lupin auf einer bank tränen kullerten ihm über die wangen und mit großen augen blickte er zu harry mr kobayashi ich stammelte harry ich hab nicht gewollt teddy ich wollte das nicht mr lupin wer ist schuld daran dass ihre eltern starben halte kobayashis stimme durch den raum harry beobachtete wie der kleine teddy den arm hob und mit ausgestrecktem finger auf ihn zeigte dann ist es beschlossen hiermit wird mr harry james potter wegen der verweisung des anwesenden mr edward ramus lupin zu einer lebenslangen haftstrafe in askaban nein schrie harry und wollte gerade aufstehen als er bemerkte dass seine arme und beine an den stuhl gekettet waren doch harry du musst plötzlich spürte er eine berührung an der rechten schulter hastig wandte er sich um und sah ein verschwommenes rundliches gesicht umrahmt von herabhängendem rostroten haar das muss jetzt sein mein lieber mach den mund auf nein ich kann nicht harry biss die zähne aufeinander und versuchte sich wieder abzuwenden doch kobayashi war verschwunden ebenso der weinende teddy und die anderen gamot mitglieder harry war allein er stand inmitten eines leeren quidditch felds und um ihn herum ragten die haushohen ränge mit ihren zigtausenden plätzen in den nebligen himmel leichter nieselregen legte sich auf sein gesicht hier hatte die letzte weltmeisterschaft stattgefunden harry machte ein paar schritte über den weichen rasen da vorne einige meter von ihm entfernt war jemand unter den nebel verhangenen torringen stand eine riesenhafte gestalt mit zotteligem haar harry wollte gerade loslaufen als er bemerkte dass harry ihn ansah in seinen augen lag tiefste enttäuschung harry schluckte harry ich wollte nicht dass sie sterben harry glaubte ein leichtes kopfschütteln von dem halbriesen zu erkennen bevor dieser sich die kapuze über den schopf zog und sich abwandte harry stolperte auf ihn zu hargrid es tut mir leid ich du musst dich verstecken potter harry schrak zurück aus der kapuze hargrids blitzte ihm plötzlich die fratze von fenrir graybeck entgegen sie sind gleich hier die auroren kommen um dich zu holen harry verstand nicht schnell potter unter meinen umhang ruder willst du als fraß für die ratten in askaban enden harry wurde nach vorne gerissen und graybeck warf seinen blutbesprenkelten umhang um harrys schlotternden leib sie dürfen es nicht sehen zischte der wehrwolf was was dürfen sie nicht sehen das da graybeck deutete auf harrys unterarm harry hörte jetzt wie das rauschen dutzender besen immer näher kam aber er schob sein ärmel hoch nein dort zwischen handgelenk und ellenbogen prangte ein totenschädel aus dessen mund eine schlange quoll fast wahnhaft begann harry an dem dunklen mal zu rubbeln und zu kratzen er war kein todesser mit einem mal griff eine weitere hand nach seinem unterarm ein auror musste versuchen ihn aus graybecks umhang hervorzuziehen lass mich ich hab nichts verbrochen rief harry bitte halt still hermines kopf tauchte plötzlich unter dem umhang auf hermine war ein auror ich bin kein todesser hermine ich weiß nicht wie das dunkle mal dahin gekommen ist stöhnte harry verzweifelt das muss jetzt dranbleiben harry mit einem mal riss hermine harry am arm er verlor den halt unter den füßen stürzte nach vorne aus dem umhang und landete keuchend in einem holzkarren er rappelte sich auf und verlor sofort wieder den halt harry raste mit halsbrecherischer geschwindigkeit durch die steinernen gänge unter gringotts rechts links rechts die kurven schleuderten ihn in dem karren hin und her jeder aufprall entfachte einen unerträglichen schmerz mühsam krallte sich harry in die hölzernen seiten des ratternen karrens vor ihm bäumte sich ein riesiger drache auf und bevor harry sich ducken konnte traf ihn sein feuerball inmitten der magengrube harry krümmte sich und sank an der karrenwand hinab er stutzte hinter ihm auf der sitzbank war noch jemand die hände an die seiten geklammert saß dort professor dumbledore und blickte harry unbeeindruckt von der rasanten fahrt über seine halbmond gläser hinweg an harry riss die augen auf professor was wo bin ich dumbledore blickte einmal kurz nach links und rechts und antwortete dann mir scheint du befindest dich in den katakomben von gringotts er lächelte kurz aber du musst jetzt aussteigen harry was wir sind viel zu schnell professor harry sah die steine und gänge nur so an sich vorbeisausen oh ja aber du musst hier kann dich gerade keiner gebrauchen harry schluckte ich schaff das nicht dumbledores bart flatterte als dieser rief du musst jetzt springen harry harrys knie zitterten springen befahl dumbledore und während sie gerade über eine brücke rasten legte harry all sein gewicht nach rechts kniff die augen zusammen stieß sich vom karrenrand ab und stürzte in die tiefe harrys kopf war auf etwas kaltes und hartes geprallt sein wangenknochen pochte vor schmerz während ihm das blut in den kopf schoss wo war er gelandet harry versuchte sich zu bewegen doch etwas hatte sich um sein rechtes bein gewickelt mies er liegt auf dem boden mies eine quietschende stimme schepperte durch harrys kopf sir hat die augen auf jemand schlug ihm ins gesicht es fühlte sich an wie ein kleiner fisch der immer wieder auf seine wange hinabsauste nein lass mich los harry versuchte seine hände schützend vor das gesicht zu halten das muss sein sir sie müssen wach bleiben sir schnelle schritte näherten sich und jemand griff harry unter die arme helfen sie mir flebbles ihn aufs bett zu heben schmerz durchfuhr harry als er mit schwung auf einen weichen untergrund gewuchtet wurde er hat sich komplett in dem bettlaken verheddert sagte jemand halt still harry blinzelte was wollten sie von ihm nein nein er wandte sich unter dem festen griff beruhig dich harry ein lockenkopf umringt von gleißendem deckenlicht tauchte verschwommen vor harrys sichtfeld auf hermine was machte hermine hier war sie ihm immer noch auf den fersen ich harry spürte dass sich seine eingeweide bei jeder silbe zusammenpressten hermine hermine ich bin kein todesser hermines gesicht war jetzt noch näher gekommen harry es ist alles gut harry wandte den kopf und versuchte zu erkennen wo er war neben hermine stand eine kleine gestalt und machte sich an harrys unterarm zu schaffen angestrengt versuchte harry zu erkennen was da vor sich ging ein hauself zog und zuppelte an einer bandage die um harrys arm gewickelt war mit einem mal überkam harry panik eine grausame ahnung befiel ihn nein harry bäumte sich auf und riss die bandage von seinem arm nein sir nicht schon wieder krächzte der hauself harry das muss dranbleiben harry starrte auf seinen unterarm das dunkle mal war verschwunden silber wickel müssen drei stunden drauf bleiben sir mindestens drei stunden und während der hauself mit seinem für harrys ohren unerträglichen quietschen sich erneut an die bandagen machte ließ sich harry erschöpft zurücksinken wo bin ich fragte er mit trockenem mund hamine legte ihm beruhigend die hand auf die stirn sir sie sind im sand mungo harry holte tief luft und spürte im gleichen moment ein unangenehmes zerren in der linken seite dann fiel ihm etwas auf was war das an hermines handgelenk verschwommen ham erkannte harry rosa angelaufene plessuren die aus ihrem ärmel hervor guckten als hermine harrys blick bemerkte strich sie etwas verlegen über die stelle du hast ganz schön wild geträumt harry sagte hermine und machte eine abwinkende bewegung scham befiehl ihn es hatte sich alles so real angefühlt hagrid der zu greybeck wurde die auroren die ihn suchten das dunkle mal hamine streckte ihm etwas entgegen hier deine brille die kam heute früh mit einer eule aus dem zaubereiministerium abwesend nahm harry das blankpolierte gestell neue gläser waren eingesetzt worden sie war kaputt gewesen sie kam aus dem zaubereiministerium die explosion mit einem mal war alles wieder da die todesser hermine harry fuhr hoch die todesser sie sind alle geflohen harry bleib liegen das wissen wir antwortete hermine leicht nervös und drückte ihn vorsichtig zurück in die kissen das zaubereiministerium hat schon alle wichtigen maßnahmen in die wege geleitet shacklebolt war auch schon beim muggelminister aber du hast ziemlich was abbekommen deswegen solltest du dich ausruhen harry harrys kopf dröhnte sein blick ruhte auf den runden kristallsphären aus denen sich die leuchtenden strahlen brachen und das zimmer in warmes licht tauchten roms harry schreckte hoch jemand hatte die tür zum krankenzimmer lauthals zugeschlagen ist er wach? roms übermüdet zerknauschtes gesicht tauchte am fußende von harrys bett auf ja, ist er er ist aus dem bett gefallen antwortete hermine ohne den blick von harry abzuwenden warum das denn? fragte ron verblüfft flebbels mintgrünes hütchen tauchte neben ron auf warum dies warum das immer nur fragen mr wieslisir der winzige hauself fuchtelte mit einer leeren trinkflasche herum wann wacht mr potter endlich auf wieso schwitzt mr potter was machen sie da flebbels warum ist keiner bei mr potter keine minute ohne fragen von mr weasley harry legte seine hand auf den bauch und wollte gerade etwas sagen als ach was flebbels ron den kleinen elfen anfuhr als harry hier eingetroffen ist sah er auch aus wie ein kobold der zu lange in einem kessel gekocht wurde und während sich flebbels die ohren zuhaltend abwandte machte ron einen schritt auf harrys bett zu ich hab mir halt echt sorgen gemacht gut dass du wieder unter den lebenden weilst du sahst wirklich scheiße aus ja so fühle ich mich auch antwortete harry gepresst ist sonst jemandem was schlimmes passiert ich hab ein paar leute auf dem boden liegen sehen hermine und ron wechselten einen flüchtigen blick ja antwortete ron knapp ein paar ministeriumsmitglieder und auroren hat es echt schlimm getroffen und einige von denen haben es nicht geschafft ron machte eine kurze pause dann versuchte er ein schiefes lächeln na immerhin redest du wieder normal mit uns sagte er und zog die schultern hoch du hast uns mehrere male wie im wahn angeschrien harry wollte gerade etwas erwidern als ihn ein unerwarteter hustenanfall überkam er krümmte sich merkte wie ihm etwas den hals hoch stieg und im nächsten moment spie er gräulich gallertartige masse auf den blanken hospitalboden bebiete hier hinein spucken sir flebbels war um das krankenbett getippelt und hielt harry eine messingschale entgegen während er mit einem schnipser das auf dem boden erbrochene verschwinden ließ das ist ja immer noch ziemlich dunkel sagte ron und verzog das gesicht ich gehe mal besser heiler pie holen ron eilte zu tür am absatz drehte er sich noch einmal um ach ja hermine total vergessen dieser oberheiler mit den gummistiefeln schickt mich nach horquarts ihnen ist der diptarm ausgegangen wieso sollst du das denn machen wollte hermine wissen ron zuckte mit den schultern naja sie meinten dass sie jede helfende hand gebrauchen können und da habe ich mich angeboten und wie willst du da hinkommen die haben hier wohl so krankentransportbesen antwortete ron unsicher aber ich muss eh erst morgen los vielleicht kann ich mir bis dahin noch einen von zuhause holen charlie meint wenn du mit denen von hier fliegst musst du danach erst recht ins sandmungo wie geht's denn charlie? fragte hermine besorgt ron blickte auf seine schuhspitzen ach ganz okay der bruch ist gut verheilt deswegen hat man ihn ins dritte stockwerk verlegt macht sich halt sorgen um dad harry der schwitzend über der messingschale gehangen hatte überkam es erneut ein weiterer schwall landete mit einem unappetitlichen platsch auf seinem verzerrten spiegelbild flebbelt der unbeeindruckt daneben stand quiekte na los hier mr weasley gehen sie mr pie holen ron schrak hoch ach ja ja erwiderte er hastig und stolperte aus dem krankenzimmer bevor harry sich kraftlos zurück in seine kissen sinken ließ dann als sich sein magen ein wenig beruhigt hatte gelang es harry die umgebung etwas genauer wahrzunehmen in dem licht der runden kristallsphären erkannte er noch drei weitere krankenbetten wieder so viele verletzte harrys kehle schnürte sich zu hermine ich hatte gedacht es wäre endlich vorbei hermine schluckte ja harry ich auch harry neigte den kopf in dem bett welches direkt neben seinem stand lag ein riesiger haufen decken und kissen aus dem eine zierliche mit dringend bestückter hand schlaff hinabhing was wollen die denn noch fragte harry schwer atmend hermine runzelte die stirn wer die todesser unsicher sah hermine ihn an ich ich weiß es nicht harry murmelte sie wollen sie rache fragte harry jetzt etwas lauter die ratlosigkeit in hermines blick machte ihn wütend er drehte sich von ihr weg dann erblickte er auf seinem nachttisch einige packungen schokofrösche und eine sich seltsam hin und her biegende pflanze die ganz offensichtlich aus lunas garten stammen musste wir hatten keine chance hauchte harry und im gleichen moment füllten sich seine augen mit tränen und ich hab für melfoy gelogen harry ballte die fäuste dieser feigling ja melfoy ist auch verschwunden sagte hermine kleinlaut einen heuchlerischen humpen hat er sich genannt als wäre das was er da tut ein witz harry kniff die augen zusammen und erkannte durch den tränenschleier ein flaches büchlein in einem bräunlichen lederumschlag auf seinem nachttisch liegen sein denk an dich er streckte die leicht zitternde hand aus griff das büchlein und blätterte es auf auf der zweiten seite erkannte er mehrere kleine kritzeleien und sätze von ginny falls du jetzt wach bist ich bin gleich wieder da mom will dass ich charlie klamotten bringe daneben hatte sie einen stinkenden socken gezeichnet mit einer dickeren feder hatte ginny auf den anfang der seite geschrieben hab mich heute zu dir ins bett gekuschelt obwohl dieser nervige hauself es mir verboten hat und wenn du wach bist und ne feder halten kannst schreib mir zurück herzchen harry ließ das büchlein sinken und seufzte hat ginny gestern vorbeigebracht sagte hermine lächelnd und glaub mir george davon abzuhalten ist zu lesen war nicht einfach harry kräuselte die stirn gestern er klappte das denk an dich wieder zu und legte es auf den nachtisch zurück wie 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 lang bin ich denn schon hier nun ja ungefähr zweieinhalb tage überlegte hermine was ja du hast wohl einen ziemlich ekligen cocktail an flüchen abbekommen die haben sich miteinander so gar nicht vertragen meint heiler pie zwei tage aufregung machte sich in harry breit aber was ist mit rookwood hat rookwood den kuss bekommen und skifter hat er was mit der explosion zu tun gehabt harry beruhig dich mit einem mal kam harry sich wie ein vollidiot vor er lag seit zwei tagen hier in diesem bett rum und alle todesser waren auf freiem fuß harry schlug die bettdecke zurück und wollte aufstehen doch bevor er seine schwachen beine vom bett hieven konnte war die bettdecke wieder zurückgeschnellt und drückte ihn fest in die matratze hinein nein 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 sie bleiben liegen mister potters hier flebbels der winzige hauself stand mit erhobenem finger inmitten des krankenzimmers und blickte harry strafend an er hat recht harry begann hermina eindringlich und was gifter angeht wir haben schon einiges versucht aber um ehrlich zu sein konnten wir bisher mit noch niemandem sprechen was soll das heißen harry die ganze zaubererwelt steht auf dem kopf das ministerium ist zu großen teilen aber habt ihr mit shackle boat geredet lass es mich dir doch erklären in harrys kopf überschlug sich alles aber der schmerz ließ es nicht zu dass er einen klaren gedanken zu fassen bekam nach der explosion begann hermina ruhig hat es einige zeit gedauert bis alle verletzten geborgen werden konnten ein paar auroren haben versucht den todessern zu folgen aber alle sind entwischt wir haben mit shackle boat reden wollen aber du kannst es vergessen momentan nur in die nähe des ministeriums zu kommen ich hab nur mitbekommen dass shackle boat und dawlish sich mit professor mcgonagall besprochen haben hermine sah sehr ernst aus als sie weitersprach kurz danach war professor mcgonagall auch hier um nach dir zu sehen harry stutzte und was hat sie gesagt dass sie wirklich nicht wissen wie es zu all dem kommen konnte ohne dass sie etwas gemerkt haben dass wir hier bleiben sollen und mcgonagall versucht den orden des phoenix einzuberufen dann müssen wir möglichst schnell dazu zu stoßen erwiderte harry harry sie hat eine sache gesagt die mir seitdem nicht mehr aus dem kopf gehen will harry stockte und was wäre das hermine wich harrys blick aus warum haben die todesser dich nicht umgebracht wenn es doch das war was sie jahrelang wollten sie haben dich einfach da liegen lassen beide verfielen in ein schweigen harry regte sich nicht sein blick ruhte auf dem kleinen fenster vor dem ein milchiger wolkenfetzen hing vor harrys inneren auge blitzte das bild einer maskierten schwarzhaarigen hexe auf die sich zu ihm hinabbeugte er erinnerte sich noch ganz genau an ihre stimme sie hatte fast zärtlich mit ihm gesprochen ich hab eine gute nachricht für dich er ist wir ja da war so eine todesserin hermine die ich noch nie zuvor gesehen hatte erinnerte sich harry ich hatte das gefühl es war ihr egal was mit mir passiert jetzt wo harry es aussprach kam es ihm überaus absurd vor sie war fast nett zu mir florence mcnair harry und hermine zuckten zusammen jemand war unbemerkt an harrys bett getreten kingsley hermine stand rockartig auf walden mcnairs jüngere schwester eine unscheinbare natur die es im alleingang geschafft hat den gesamten untergrund der todesser zu vereinen und wieder zu beleben und wir haben nichts davon mitbekommen kingsley shacklebolt der zaubereiminister stand in einem für ihn unüblich schlichten umhang vor harrys bett sein freundliches gesicht sah mitgenommen aus auch er war deutlich vom kampf gezeichnet nicht nur dass sein hals eine rosig schimmernde nabe zierte auch sein rechtes auge war bis auf einen kleinen schlitz zugeschwollen kingsley strahlte harry an harry gut dass du wach bist bist du wieder einsatzbereit harry nickte endlich jemand der ihm antworten geben konnte ja so gut wie sagte harry der im gleichen moment vor schmerz aufstöhnte nein bist du nicht fuhr ihn hermine streng an ich seh schon gut shacklebolt faltete die hände dann müssen wir die schnell wieder aufpäppeln es gibt eine menge zu besprechen harry wie haben die gefangenen todesser das geschafft schoss es aus harry heraus bevor der zaubereiminister weitersprechen konnte den brunnen explodieren zu lassen sie hatten doch keine zauberstäbe ich hab gesehen wie er vor der explosion anfing zu schmelzen mcnair unterbrach ihn der zaubereiminister mit ernstem blick wir sind nicht ganz sicher aber wir gehen davon aus dass sie es irgendwie geschafft hat den schrei des inkubus an einen fluch zu binden shacklebolt hob die hände und verschränkte zu verdeutlichung seine finger ineinander und dieser fluch muss irgendwann in den brunnen der magischen geschwister geschlossen worden sein er formte mit seinen händen eine schützende kugel an jenem tag hat etwas die explosion ausgelöst und der schrei wurde entfesselt der zaubereiminister hatte jetzt seine hände mit weit abgespreizten fingern auseinander fliegen lassen hermines augen weiteten sich der schrei des inkubus sie runzelte angestrengt die stirn wird er nicht auch der seelenschrei genannt der zaubereiminister nickte das ist ein tief schwarzmagisches ritual man spricht davon einen inkubus einen dämon herauf zu beschwören jetzt kniff hermine angestrengt die augen zusammen aber soweit ich weiß sind das auch nur legenden das einzige was wirklich darüber in dämonische riten und klageflüche zu finden ist ist dass wenn der schrei des inkubus auf direktem weg ins ohr gelangt das opfer in tiefe dunkelheit fällt besorgt blickte hermine von shacklebowl zu harry ja das ist auch das was wir darüber wissen brummte shacklebowl aber ein ausbruch des schreis hat es seit über hundert jahren nicht mehr gegeben der minister ließ einen kleinen samtbezogenen hocker aus seinem zauberstab entstehen den er neben harrys bett zog harry überlegte meine ohren waren voller blut der schrei hat sich so angefühlt als würde mein kopf explodieren sei froh dass es nur das war glücklicherweise waren die fähigsten auroren vor ort shacklebowl setzte sich jetzt auf seinen hocker sie konnten den schrei zwar nicht verhindern aber sie haben binnen weniger augenblicke feststellen können dass sie es mit einem klagefluch zu tun haben ihre geräuschabsorptionszauber haben dementsprechend schlimmeres verhindert noch schlimmeres sagte harry und verzog dabei den mund ja andernfalls würdest du jetzt nicht hier sein sagte shacklebowl trocken hermine schluckte aber wollte florence mcnair auch ihre eigenen leute damit umbringen verdutzt blickte sie zum minister wir gehen davon aus dass die todesser wussten dass die erste druckwelle des schreis am boden nicht tödlich sein würde sie müssen irgendwie einen hinweis bekommen haben deswegen haben sie sich alle hingeworfen sagte harry langsam und erinnerte sich wie ein todesser melfoy zu boden gerissen hatte bevor der brunnen explodiert war aber wie hat diese florence mcnair das alles geschafft wandte hermine ein es ist nirgendwo beschrieben wie man den schrei des inkubus heraufbeschwört geschweige denn wie man ihn an einen fluch bindet ja hermine seufzte shacklebowl unsere augen waren auf die gefangenen gerichtet während mcnair fern unseres blickes und doch vor unserer nase diesen dämonischen plan in die tat umgesetzt hat der zaubereiminister atmete tief ein und eine ahnung sagt mir es wird kein leichtes sein das alles aufzuklären das alles aufzuklären Das war's. Was hören.